Hallo Leute und willkommen zu meinem Video über Eve Waterguard, Eve Dorant Window und Eve Smoke. Es besteht hier eine Kooperation zwischen mir und Eve, mir wurden die Produkte zur Verfügung gestellt und ich bekomme auch eine kleine Aufwandsentschädigung für die Produktion der Videos. Deswegen bin ich auch verpflichtet das Video als Werbung zu kennzeichnen, ich kann euch aber versichern, ich darf ihr sagen was ich möchte, mir wird nichts vorgegeben, ihr bekommt von mir ein Video so wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich werde die drei Produkte in dem Video auspacken, einrichten und anschließend gibt es von mir ein kurzes Review. Fangen wir als erstes mit Eve Door & Window an, einem kabellosen Kontaktsensor für Türen und Fenster. Und der ist genauso wie alle anderen Eve Geräte nur mit Apple HomeKit kompatibel, entsprechend sollte man hier auch die Voraussetzungen beachten, die dann zum Beispiel auch notwendig sind für Automationen oder für die Steuerung von unterwegs aus. Sehen wir uns mal den Verpackungsinhalt an. Hier sind mal so die ersten Schritte beigelegt, würde ich jedem empfehlen da mal einen Blick reinzuwerfen. Dann haben wir den einen, den großen Teil des Kontaktsensors und das entsprechende kleine Gegenstück hier. Eine Batterie ist auch beigelegt, was das hier ist, werde ich euch dann gleich noch zeigen. Und dann noch der Deckel für den großen Kontaktsensor, den ich da habe. Diese Teile sind dafür zuständig, um die Höhe von dem kleinen Teil entsprechend anzupassen. Das heißt, je mehr ich da draufgebe, desto mehr wird natürlich die Dicke von diesem Teil erhöht. Und es geht dann im Endeffekt einfach darum, das steht hier bei den ersten Schritten ganz gut angezeigt, dass es dann mit dem großen Teil auf einer Höhe ist. Sollte das schon von vornherein der Fall sein, muss man das natürlich nicht machen. Dann muss ich auf jeden Fall auch die Batterie in das große Teil hier einlegen und dann mit dem Deckel hier zumachen. Und nachdem ich dann bei beiden diese Folie abgezogen habe, sind sie auch klebefähig. Danach kann ich sie dann irgendwo anbringen. Als erstes werde ich aber Eve Door & Window hier mal einrichten. Dazu geht ihr in der Eve App zu den Einstellungen und danach zu Gerät hinzufügen. Und müsst jetzt hier den HomeKit QR-Code scannen. Der befindet sich in dem Fall hier an der Seite. Und nachdem ihr den jetzt mit der Kamera von eurem iPhone zum Beispiel gescannt habt, wird es dann auch schon hier zu HomeKit hinzugefügt. Und da könnt ihr es dann auch benennen und einen Raum auswählen, in dem das dann benutzt werden wird. Nachdem es erfolgreich hinzugefügt wurde, können wir auch sehen, dass das jetzt hier in der Eve App vorhanden ist. Mir werden dann hier Informationen über das Gerät angezeigt. Aber was das genau ist, werde ich euch dann später noch zeigen. Und in der Home App ist es so, dass ich hier einfach nur den Status sehe. Mehr nicht. Also ob jetzt in dem Fall die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Wenn man will, kann man das ja auch einfach mal so ausprobieren. Und sieht dann auch entsprechend, wie sich der Status hier in der Home App oder in der Eve App jeweils verändert. Ich werde das Gerät jetzt mal hier bei meiner Wohnzimmertüre anbringen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen geeigneten Ort gefunden habt, wie gesagt, einfach die Folie hier abziehen. Danach ist diese Oberfläche klebefähig. Dann bringt ihr sie jetzt hier an und müsst dann eben auch das entsprechende Gegenstück anbringen. Hier ist natürlich wichtig, dass man beachtet, dass hier auch immer ein Kontakt besteht. Das heißt, allzu weit weg sollte es nicht stehen. Und nachdem ihr das dann korrekt hier angebracht habt, könnt ihr das natürlich auch einfach mal ausprobieren. Da sollte diese LED dann jedes Mal aufleuchten. Beziehungsweise man kann das dann natürlich auch direkt so prüfen, ob sich dann der Status in der Home App oder in der Eve App immer ändert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Türe auf und zu mache. Wie wir sehen können, funktioniert das auch ganz gut. Und in der Eve App wird mir dann eben angezeigt, zum Beispiel wann jeweils ein Öffnen-Ereignis stattgefunden hat. Also wann die Türe in meinem Fall jetzt geöffnet wurde. Sieht man dann eben hier sehr genau. Man sieht dann natürlich auch den aktuellen Status, wie oft es geöffnet wurde. Und dann wird einem das auch hier immer so grafisch angezeigt. Ich persönlich benutze den Kontaktsensor jetzt seit knapp zwei Monaten in Kombination mit einer Automation. Ich habe hier festgelegt, dass wenn die Wohnzimmertüre aufgemacht wird, eine Szene aktiviert werden soll. Nämlich die Szene, wo meine Wohnzimmerlichter angehen. Das heißt, ich lege hier fest, wann soll etwas passieren. Beim Öffnen oder beim Schließen. In dem Fall beim Öffnen. Und zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum soll das passieren. In dem Fall habe ich festgelegt, 45 Minuten vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und dann gehen die Lichter in meinem Wohnzimmer an, wenn ich die Türe aufmache. Und es funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen. Ist also jetzt nur mal so ein Beispiel, wie ich das gerne benutze. Kommen wir als nächstes zu Eve Smoke. Das ist ein Rauchmelder. Ein ganz klassischer Rauchmelder, wie man es eben kennt. Nur in dem Fall ist der HomeKit fähig. Auch da natürlich wieder die Voraussetzungen beachten. Vor allem natürlich die Voraussetzungen für den Fall, wenn man nicht zu Hause ist und dann trotzdem natürlich mit dem Gerät in Kontakt sein möchte. Der Verpackungsinhalt sieht hier folgendermaßen aus. Natürlich haben wir mal den Rauchmelder selber. Dann haben wir das Teil, das eben an der Wand oder an der Decke angebracht wird. Eine ausführliche Bedienungsanleitung und alles, was man für die Montage braucht. Dazu komme ich dann aber noch später. Die Bedienungsanleitung würde ich mir hier wirklich genau ansehen. Hier wird nämlich auch alles ausführlich erklärt. Von der Funktion des Gerätes zu verschiedensten Szenarien, was man da wissen sollte. Vor allem aber auch natürlich die Montage. Der Rauchmelder selber ist sehr schlicht gehalten, wirkt dann wahrscheinlich auch an der Decke oder an der Wand, wo man es auch immer montiert, eher unauffällig. Und als nächstes werde ich mal hier das Ganze auch in der EVE-App registrieren. Dazu müsst ihr einmal diesen Button hier betätigen, dann wird das Gerät sozusagen aktiviert. Und dann geht ihr hier wieder auf Gerät hinzufügen, müsst wieder den HomeKit-Code scannen. Und nachdem ihr das gemacht habt, wird es auch zu HomeKit hinzugefügt. Auch hier könnt ihr das Gerät benennen und dann natürlich auch den Raum auswählen, wo der Rauchmelder dann stehen wird. Als nächstes geht es dann zur Montage. Da würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, einen Blick ins Handbuch werfen. Da wird nämlich genau erklärt, was man dabei beachten muss. Ihr habt, wie ihr das vorhin schon gesehen habt, zwei Dübel beigelegt, wofür ihr dann ein Loch in die Wand oder in die Decke bohren müsst, wo die Dübel dann reingeschlagen werden. Und dann sind dann noch zwei Typen von Schrauben beigelegt mit jeweils zwei Stück. Das heißt, ihr sucht euch die zwei Stück aus, die ihr benutzen wollt. Schraubt dann die Platte hier fest und müsst EVE Smoke dann nur draufstecken, im Uhrzeigersinn drehen und dann sollte das dann hier auch so fest sitzen. Im Endeffekt läuft die Montage wie bei einem klassischen Rauchmelder ab. Das heißt, wer sowas schon mal gemacht hat, wird sich da wahrscheinlich auch schon auskennen. Nach der Montage werdet ihr dann in der EVE App aufgefordert, einen Testalarm auszuführen. Dabei wird natürlich die Funktionalität von EVE Smoke mal getestet. Das ist sehr wichtig, dass man das mal am Anfang macht. Und ihr werdet jetzt mal sehen, wie so ein Alarm bei EVE Smoke aussieht. Das akustische Signal, das ihr gehört, habe ich absichtlich leiser gemacht. Das ist in Wirklichkeit lauter, das wollte ich euch jetzt nicht antun. Aber es ist jedenfalls sehr deutlich, wie man es eben von einem Rauchmelder kennt. Und wie wir sehen können, geht dabei auch so eine Art Notlicht an, wenn es in der Umgebung dunkel sein sollte, dass man da noch ein bisschen was sieht. In der Home App wird mir hier nur der aktuelle Status angezeigt, mehr nicht. In der EVE App sehe ich ein bisschen mehr, nämlich etwas genauer, wie der Status gerade ist, gegliedert in diese Kategorien hier. Aber ich kann auch hier einen Verlauf von meinen Ereignissen sehen. Das heißt, wann wurde das Gerät montiert oder demontiert, wann wurde ein Testalarm ausgeführt und natürlich, wann ist was Ernsthaftes passiert. Übrigens, das gilt jetzt für alle EVE-Geräte. Es gibt hier ein Firmware-Update bei mir, das heißt, ich würde mal prüfen, ob es bei euch auch eines gibt und es dann entsprechend hier auch aktualisieren. Im Endeffekt ist der einzige und große Vorteil von EVE-Smoke natürlich die Tatsache, dass es HomeKit-fähig ist. Das heißt, wenn etwas passiert, wenn da irgendetwas erkannt wird, dann bekommt man sofort eine Benachrichtigung. Das ist der große Vorteil gegenüber einem klassischen Rauchsensor und ob es das einem wert ist, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja und zum Schluss kommen wir noch zu EVE-Water-Guard. Ein smarter Wassermelder, der einfach erkennen kann, ob irgendwo gerade Wasser ausrinnt. Und auch da, ähnlich wie bei EVE-Smoke, bekommt man dann sofort eine Benachrichtigung. Auch dieses Gerät ist nur HomeKit-fähig, also auch da natürlich die Voraussetzungen beachten. Und auch das läuft für alle anderen Geräte nur über Bluetooth, aber dazu werde ich dann zum Schluss noch etwas sagen. Wie sieht hier mal der Verpackungsinhalt aus? Auch hier sind so die ersten Schritte beigelegt, auch da empfehle ich natürlich einen Blick reinzuwerfen für die erste Einrichtung am Anfang, aber das werden wir jetzt sowieso mal machen. Dann haben wir natürlich das Sensorkabel beigelegt, diverse Adapter für die Steckdose und dann noch dieses Teil, das an die Steckdose angesteckt wird. Wie das Ganze funktioniert, werdet ihr dann gleich sehen. Ich erkläre es aber mal ganz kurz, es ist ganz einfach, sobald dieses Sensorkabel in Kontakt mit Wasser kommt, wird ein Alarm abgespielt. Das heißt zum einen ein lautes akustisches Signal, so wie beim Rauchmelder, zum anderen bekommt man dann eben auch eine Benachrichtigung. Von diesen beigelegten Steckdosenadaptern brauchen wir hier natürlich nur einen und das ist der hier. Und den müsste ich hier an der Rückseite von diesem großen Teil hier anbringen, denn das wird dann ja auch direkt so in die Steckdose reingesteckt. Beim Sensorkabel könnt ihr hier auf der rechten Seite erkennen, dass da ein weiteres Sensorkabel reingesteckt und das Ganze somit auch verlängert werden kann. Ihr müsst jedenfalls das eine Ende hier anschließen und danach ist es im Prinzip auch schon funktionsfähig. Aber davor müssen wir es ja noch in der EVE-App registrieren. Dazu müsst ihr das natürlich zuerst mal mit Strom versorgen, also einfach an einer Steckdose anschließen. Wenn ihr dann auf Gerät hinzufügen geht, müsst ihr hier wieder natürlich den HomeKit-Code scannen und nachdem ihr das gemacht habt, hier wieder das gleiche, ihr müsst es benennen und dann den Raum auswählen, wo das dann stehen wird. Wie wir sehen, wurde es auch erfolgreich hinzugefügt und auch da müsst ihr genauso wie bei EVE-Smoke mal einen Testalarm ausführen, sollte man natürlich machen, um mal zu prüfen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Davor werfen wir aber noch einen Blick in die Home-App und sehen, dass es auch hier hinzugefügt wurde und wir hier auch einfach nur den Status sehen können. Jetzt führe ich aber hier mal diesen Testalarm aus und dann sehen wir auch gleich, wie genau das funktioniert. Ihr müsst dafür einfach nur das Kabel ins Wasser eintauchen, ganz logisch, natürlich um zu prüfen, ob das hier auch wirklich funktioniert. Das mache ich jetzt hier einfach mal und wir sehen, dass das dann eigentlich auch relativ schnell reagiert. Ich halte es nun mal so ein bisschen ins Wasser und der Alarm wird sofort ausgelöst. Vor allem hört man sich auch ähnlich wie bei EVE-Smoke ein lautes akustisches Signal, das definitiv nicht zu überhören ist und man bekommt hier auch eine Benachrichtigung, dass jetzt in meinem Fall ein Leck in der Küche entdeckt wurde. Und das ist letztendlich genauso wie bei EVE-Smoke auch der einzige und aber auch der große Vorteil von dem Ganzen. Das heißt, wenn ich nicht zu Hause bin oder wenn ich irgendwo bin, wo ich dieses Signal nicht höre, dann bekomme ich diese Benachrichtigung und weiß immer sofort, dass etwas passiert ist. Und ich sage es nochmal, ob es das einem wert ist, zu den Preisen komme ich dann gleich noch, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Zum Schluss komme ich noch zu der Sache mit Bluetooth. Die meisten EVE-Geräte laufen rein nur über Bluetooth. Vorteil ist natürlich, dass man dann keine Bridge benötigt, aber Nachteil ist dann natürlich der eingeschränkte Radius, wo ich dann mit dem Gerät verbunden sein kann. Wenn ich außerhalb von diesem Radius mit dem Gerät verbunden sein will, zum Beispiel auch wenn ich nicht zu Hause bin, dann brauche ich so eine HomeKit-Steuerzentrale. Also Apple TV, HomePod oder ein iPad, das mit dem WLAN verbunden ist und zu Hause liegt. Das heißt, ich würde das auf jeden Fall beachten vor einem Kauf, ob ich so eine Steuerzentrale habe und ob es dann zum Beispiel ohne Steuerzentrale für mich immer noch so einen großen Nutzen hätte. Zum Schluss komme ich noch zu den Preisen und die sehen, falls die Geräte nicht irgendwo gerade günstiger zu haben sind, folgendermaßen aus. EVE Door & Window kostet 40 Euro, EVE Smoke kostet ganze 120 Euro und EVE Waterguard 80 Euro. Die Preise sind hier für mich wie immer der große Kritikpunkt. Ich empfinde es schon als sehr teuer, das heißt man muss sich hier wirklich gut überlegen, ob man dann auch einen Nutzen von diesen Geräten hätte. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen, ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich gerne auch in die Kommentare eure Erfahrungen schreiben, falls ihr eins oder mehrere dieser Geräte besitzt. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch wie immer gerne drauf. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen, Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.